Sie sind hier 11. Januar 2019 11.44 Uhr von Sportinformationsdienst Sport1 Lesedauer 2 Minuten vergrößern verkleinern Sören Bertram R. wechselt von Erzgebirge Aue zu Darmstadt 98 Urheberrecht Getty Images Darmstadt 98 verstärkt sich mit einem Mittelfeldspieler von Liga Konkurrent Erzgebirge Aue Für die Lilien ist es bereits der zweite Winterneuzugang, von Sportinformationsdienst Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Allenberg Mehr 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 Mehr